Jetzt darf ich jemanden ansagen, meine liebe Freundin Eva. Eva ist heute hier, eigentlich nur um jemanden anzusagen. Nein, du sprichst nachher auch noch, aber jetzt erstmal für dich. Hallo Berlin, hallo Mahnwachen! Hallo Mahnwachen! Wir sind hier zur bundesweiten Mahnwache, zur dritten. Wer hätte das für möglich gehalten? Es gibt uns noch! Wir sind da! Und ihr müsst euch bitte vorstellen, wie schnell kann man es schaffen, innerhalb von anderthalb Jahren zu Dinosauriern zu werden von oppositionellen Bewegungen. Und nein, wir sind nicht ausgestorben. Wir leben noch. Wir bestehen aus Fleischfressern. Wir bestehen aus Pflanzenfressern. Wir sind über die ganze Welt verteilt. Wir sind überall und wir sind nicht tot zu kriegen. Und wir sind die Begründer allen anderen, was hinterher kam. Wir sind die Mahnwachen. Willkommen zur bundesweiten Mahnwache in Berlin, ihr Lieben! Und ich freue mich jetzt, weil das Bild so köstlich ist, so wunderbar köstlich. Dinosaurier und Obe Schatthauer passt ja zusammen. Und Dinosaurier und Rüdiger Lenz passt auch zusammen. Aber Dinosaurier und Moigain, das heißt, begrüßt mit mir bitte den zauberhaftesten Dinosaurier, den die Mahnwachen haben, unser ganzer Stolz. Und Moigain ist in Berlin. Danke für diese wundervolle, total liebe Ansage, Eva. Ich freue mich, dass du hier bist heute. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen in Berlin. Wir haben wunderschönes Wetter, eine tolle Stimmung. Und ich freue mich riesig auf den Tag heute mit euch. Und ich freue mich auf den Tag heute mit euch.